So, da sind wir wieder. Ich habe schon mal kurz bis hierher gespielt, weil sonst dauert das alles zu lang. Da hätte ich auch keine Lust zuzugucken, aber jetzt muss ich das genau, wenn das hochfährt, muss ich die zwei schnell runterschießen und dann gleich rüberschwimmen. Das ist echt scheiße hier. Jetzt hat. Zack, zack und schwimmen. Nein. Schwimm, 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 schwimm. Schwimm. Wow, jawohl. Drecksteile. Ihr kriegt mich nicht mehr. Ah, was haben wir da? Da muss ich auch... Ah, da geht es ja sowieso rein. So. Oh oh. Da lag doch irgendwas, oder? Ah, Flasche. What? Alter, was war das? Boah. Oh, ich mache es platt, Alter. Wow, was? Wartet mal, wartet mal, wartet mal, wartet mal. Huhuhu. Nicht so schnell, meine Freunde. Ja, wie war das jetzt? Mit, mit String, okay. Wow, renne ich denn hin? Hilfe! What? Lass mich vorbei. Drecksicher. Hä? What? Ja, die sind doch noch da, Mann. Wenn du nicht gekommen wärst. Höh. Ja, was dann? Ach, habe ich die Tröpfung? Ja, sag ich doch. Ja, natürlich. Hör auf! Was ist das für eine flede Kameraführung, hey? Boah, Mann. Gibt da noch irgendwo was? Nein. Aber wir haben wieder einen neuen Partner. Da sind noch lauter Sachen, die wir auch sehr gut gebrauchen können. Wow. Lass mich doch erstmal hier alles einsammeln. Gibt's ja nicht. Aua. Ja, natürlich. Wartet mal. Also, ich kriege gerade im Moment nicht mehr wirklich auf die Reihe das Zeug hier. So, und jetzt nehme ich mal hier unsere Magnum. Zack. Das war's dann wohl. Ja, da raus. Ach, das bringt ja sowieso nichts. Äh, ey, Mann, 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 Mann. Ganz schön viel Action auf einmal. Du bläder... Knatter, knatter, Teng. Das kommt mir irgendwie bekannt vor hier, dieses Treppenhaus. Waren wir da nicht schon mal? Hm. Alles voll. Alles voll. Ich bin so froh, dass es dir gut geht. Seit der Kirche... Du warst bei der Kirche? Ja, Joseph und ich. Als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, ging's ihm ziemlich schlecht. Was ist mit dem Jungen aus der Klinik? Leslie. Ich hab ihn in einem Käfig gefunden. Dann ist er abgehauen. Du lügst. Du weißt doch ganz genau, was mit ihm passiert ist. Wow. Ein Riesenloch. Du weißt doch, dass der in der Badewanne gelegen ist und uns hier in die Realität? Mit Fragezeichen gebracht hat. Hallo Raben. Ihr seid wirklich schöne Tiere. Das meine ich ernst. Und auch schlau. So. Wieder mal alles ein bisschen absuchen. Und bitte keinen Trigger auslösen. Was haben wir da hinten noch? Das Loch. Wow. Schaut euch mal die Stadt an. Da hinten schaut so aus, als ob man da... Irgendwie... Nein, kommt man nicht durch. Shuttle. Hey. Oh, Kidman. Oh, ich häng hier fest? Äh. Kidman, du stehst im Weg. Wir haben alle diese verrückten Sachen gesehen. Hattest du Nasenbluten? Oder Kopfschmerzen? Nein. Warum? Joseph hatte das. Als ob er sich verwandelt. In eins dieser Dinger. Vielleicht befällt das nicht jeden. Vielleicht. Vielleicht wartet Rubik auch nur noch auf dich. Ruhe im Karton. Hm. Da kommen wir nicht vorbei. Aha. Da hinten habe ich doch auch was für ihn gesehen. Ha. Okay. Da wollen wir mal reingehen, da. Hallo? Jemand zu Hause? Hm. Scheiße. Nein. Nicht ich. Sebastian, was ist? Bleib weg! Nein! Come on! Was soll das? Hast du auf mich geschossen? Du hast dich in ein Monster verwandelt. Mich angegriffen. Sorry, du bist infiziert. Er könnte dich benutzen, um mich aufzuhalten. Warte, wovon redest du? Aha. Also, ich würde mal sagen, jetzt bin ich vollends verwirrt. Das auf! Das auf! Das auf! Leslie? Leslie, bist du es? Hey! Leslie! Sehr gut! Nur noch etwas weiter! Was ist? Ruvik? Hilfe! 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 Hey! Leslie? Leslie? Ja, da kommen wir nicht mehr rein. Aber da lag sowieso nichts mehr. Wahrscheinlich. Alter Schwede, du. Da kommen wir nicht hinter. Ja, da müssen wir weiter. Diese Spielchen fangen an, mich zu langweilen. Mich nicht! Ach nee, bitte nicht wieder der Tresorkorb. Vorsicht, Entflammbar. Oh! Dann sollte ich jetzt lieber mal schauen. Dass ich hier nicht schieße. Wahrscheinlich. Na? Aha. Also, ich denke mal, wir müssen hier durch. Nice, 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 nice. Nein, der hat nicht gesehen, oder? Renn, 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 renn! Boah, Alter! Kommen die hier rauf? Okay, ich würde mal sagen, die bleiben da hinten, aber da kommen wahrscheinlich wieder neue. Gibt es hier irgendwo einen Schlüssel? Ist das ein Geheimweg? Boah, da sind ganz viele. Oh, Alter! Alter, 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 Alter! Boah! Boah! Ich muss erst mal das Licht anmachen hier. Mach das Licht an! Achso, ist schon an. Nimm sie hier! Fabrikschlüsselkarte, eine Schlüsselkarte, die neben einer Leiche in der Schaufensterpuppenhallenfabrik lag. Okay. Die anderen haben mich immer noch nicht gesehen. Oh Gott sei Dank! Ach, das ist der Revolver! Jetzt hat... Oh Mann! Ich denke schon, warum es sich so weggesmasht hat. Und die Schaufensterpuppen, die machen mich auch verrückt. Jetzt muss ich wieder rauskommen. Ich mache es lieber blatt. Da ist jemand gewesen. Was war das? Alter! Jetzt gucken wir erstmal hier noch. Ne, da waren die bloß drinnen gestanden. Aber da gibt es doch bestimmt noch irgendwo was. Ne. Doch nicht. Ich habe keine Munition mehr. Ah! Wo war denn jetzt der Schlüssel? Da! Und go! Ja! Und wie es hier weiter geht, seht ihr, wenn das Licht ausgeht. Haha, tschüss!